Hallo und herzlich willkommen zu diesem Analyzer Pro Tutorial. In diesem Tutorial beschäftigen wir uns mit der Fahrdynamik. Bisher in allen vorherigen Tutorials waren wir ausschließlich in der Kinematik unterwegs. In der Fahrdynamik, das rufen wir uns jetzt in Erinnerung, wirken im Gegensatz zur Kinematik Kräfte und wir müssen alle möglichen Reibwerte gesondert berücksichtigen, ebenso wie Steifigkeiten, Zustandsfaktoren für Reifen, Federwerte etc. Um in die Fahrdynamik zu gelangen, klicken wir auf das Fahrdynamik-Symbol im rechten oberen Bildschirmrand, auf dem ein rotes Auto zu sehen ist. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie im unteren Bereich den Schriftzug Kollision und Auslaufanalyse sehen können. Weiters haben Sie die 16 Fahrzeuge jetzt nicht mehr oben zum Auswählen, sondern finden unten die Knöpfe 1 bis 16 und können Fahrzeuge anders als in der Kinematik einfach einschalten. In der Fahrdynamik ist es im Gegensatz zur Kinematik so, dass man nur eine Vorwärtsrechnung machen kann. Sprich, man gibt dem Fahrzeug Ausgangsdaten und ein Fahrverhalten und kann dann beobachten, wie sich das Fahrzeug aufgrund der physikalischen Gegebenheiten verhält. Als erstes sehen wir uns die Basisdaten an. Hier kann man Ausgangsdaten für das jeweilige Fahrzeug angeben. Wir geben unserem Fahrzeug 10 kmh. Wenn wir jetzt auf Play drücken, dann wird unser Fahrzeug mit 10 kmh losfahren und gering aufgrund des Motorbremsfaktors und diversen Reibungen verzögern. Das Fahrzeug fährt entweder so lange, bis es still steht oder bis die maximale Simulationsdauer, die man in den Einstellungen einstellen kann, beendet ist. Standardmäßig ist eine Simulation mit 10 Sekunden begrenzt. Weiters können wir uns auch hier eine Koordinatenanzeige ansehen. Diese ist allerdings etwas umfangreicher als in der Kinematik, da wir hier zusätzliche Werte berücksichtigen können. Weiters müssen wir in der Fahrdynamik Fahrverhalten vorgeben. Hierfür können wir in die Simulationsdaten gehen, die unter dem S-Symbol zu finden sind. Es öffnet sich eine Maske und es gibt für die Simulationsdaten eine große Maske und eine kleine Maske. Die große Maske bietet ein paar zusätzliche Eingabe-Parameter für Standardfälle, sollte aber die kleine Maske ausreichend sein. Anders als in der Kinematik beginnt in der Fahrdynamik die Simulation immer bei Sekunde 0 und geht dann in die Zeit voraus. Für ein Fahrverhalten müssen wir nun angeben, ab welchem Zeitpunkt das Fahrverhalten auftritt. Hierfür ist Teilbereichen die erste linke Spalte reserviert. Wenn wir jetzt hier 0,5 vorgeben, dann bedeutet das, dass ab Sekunde 0,5 unser Fahrzeug 1 das vorgegebene Fahrverhalten erfüllen wird. Ich lasse mein Fahrzeug ab der Sekunde 0,5 mit 10% des Gaspedals beschleunigen. Wir wollen nun einen weiteren Teilabschnitt des Fahrvorganges vorgeben und ich wähle hier 0,3 Sekunden. Diese Eingabe ist natürlich falsch, da es sich hierbei nicht um Zeitdauern, sondern um Zeitpunkte handelt. Die Zeitpunkte müssen also fortschreitend sein. Nachdem wir vorher schon ab Sekunde 0,5 etwas vorgegeben haben, können wir nicht jetzt ab Sekunde 0,3 etwas vorgeben, sondern es muss immer größer als der vorherliegende Zeitpunkt sein. Ich sage meinem Fahrzeug also, dass es ab Sekunde 1 einen Bremsvorgang durchführen soll mit 60% Bremspedalstellung. Wie fast überall in der Physik gibt es keine sprunghaften Übergänge. Daher ist empfohlen, immer Schwelldauern hinzuzufügen. Das bedeutet, dass sobald der jeweilige Abschnitt beginnt, nicht der neue Befehl instantan durchgeführt wird, sondern innerhalb der Schwelldauer auf den vorgegebenen Wert anschwillt. Ich wähle jetzt einfach in meinem fiktiven Beispiel zweimal die Schwelldauer 0,3. Was bedeutet das? Von Sekunde 0 bis 0,5 fährt unser Fahrzeug mit annähernd konstanter Geschwindigkeit. Annähernd deshalb, weil es natürlich durch Reibwiderstände etc. etwas verzögert wird. Ab Sekunde 0,5 wird das Gaspedal mit 10% betätigt, allerdings nicht sofort, sondern innerhalb der ersten 0,3 Sekunden schwillt es daraufhin an. Ab Sekunde 1 beginnt dann wieder die Schwellphase mit 0,3 Sekunden. Am Ende dieser Schwellphase bremst unser Fahrzeug mit 60% Bremspedalstellung. Mit einem Klick auf das Stroboskop-Symbol können wir in verschiedenen Zeitintervallen die Zwischenpositionen anzeigen. Die Intervallgröße und viele andere Einstellungen finden wir unter dem Schraubenzieher-Symbol. Ich erhöhe die Intervalldauer und schalte die Stroboskopie-Darstellung ein und aus, um die veränderte Darstellungsweise anzusehen. Ein ganz besonders wichtiger Punkt von Analyzer Pro ist, dass fahrdynamische Berechnungen und die Kollisionsanalyse nach Fertigstellung in die Kinematik exportiert werden. Sobald wir mit unserer fahrdynamischen Berechnung fertig sind, müssen wir sie ablaufen lassen, wie in diesem Fall bereits geschehen. Danach können wir auf Export im unteren Bildschirmbereich klicken. Das Programm rechnet nun eine kurze Weile und danach können wir die Fahrdynamik verlassen. Zurück im Kinematikfenster sehen wir nun, dass unser Fahrzeug inklusive einer Fahrlinie dargestellt wird und in die Hauptdatenmaske eingetragen wurde. Diese große Stärke von Analyzer Pro erlaubt es uns, dass wir nur in den nötigen Fällen fahrdynamische bzw. kinetische Berechnungen durchführen und alle anderen Dinge kinematisch berechnen. Das bedeutet also, dass zum Beispiel eine Kollisionsanalyse, die natürlich nur kinetisch berechenbar ist, danach exportiert wird und die Vorkollision kinematisch berechnet werden kann. Damit haben Sie die Grundlagen der Fahrdynamik mit Analyzer Pro gelernt und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.